Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das ich ganz speziell einem einzigen Thema widmen möchte, nämlich dem College of Wizardry. Was das Ganze überhaupt ist und was das Ganze mit Harry Potter zu tun hat, das möchte ich euch hier in den nächsten Minuten erklären. Allerdings soll es sozusagen ein Vorstellungsvideo dieses Themas werden, was jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten abgehandelt ist. Das heißt, es wird wirklich ein relativ langes Video werden, eventuell werden es auch mehrere Videos, wenn es mir dann wirklich zu lang werden sollte. Aber ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und ich denke, ich versuche diese nach und nach abzuhandeln und euch ganz genau darüber zu informieren, was das eigentlich ist. Denn ich bin der Meinung, für Harry Potter Fans ist das ein Event, was auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Jetzt aber erstmal wenig, nicht mehr so viel drum herum labern bitte und direkt zum Punkt kommen, denn sonst wird das Ganze noch länger. Viel Spaß! Gut, das College of Wizardry ist eine LARP-Veranstaltung, die über vier Tage geht und in Polen stattfindet. Was ist eigentlich LARP? Für alle, die sich das fragen, weil sie den Begriff noch niemals gehört haben, bitte hier oben einmal auf das kleine i klicken. Da habe ich ein kleines extra Video gemacht, in dem ich erklärt habe, was LARP eigentlich ist. Für alle, die aber wissen, was es ist, die können sich darunter mit Sicherheit auch was vorstellen und der Name College of Wizardry sagt ja eigentlich schon einiges. Wie gesagt, es geht über vier Tage, beginnt an einem Donnerstagnachmittag und geht bis Sonntagmorgen, findet in einem Schloss in Polen statt, das Schloss nennt sich Schloss Klitschko und ist etwa noch mal zweieinhalb Stunden von Berlin entfernt, befindet sich also im südwestlichen Teil von Polen und ist natürlich für alle deutschsprachigen Harry Potter Fans unter uns nicht unbedingt sehr leicht zu erreichen. Was aber dann natürlich auch noch dazu kommt, sind die Ticketkosten, die sich auf 375 Euro belaufen. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt die günstigste Veranstaltung. Warum sich das Ganze aber so lohnt, darauf komme ich ja jetzt auch noch zu sprechen. Bisher gab es acht internationale College of Wizardry Labs, also Veranstaltung, über diese vier Tage achtmal und das 9. und 10. wird jetzt im November wahrscheinlich folgen. Was bei dieser Veranstaltung bzw. bei diesen Veranstaltungen bisher allerdings das Problem war, war, dass sie alle auf Englisch waren. Was für uns deutschsprachige nun mal nicht unbedingt das einfachste ist. Ich persönlich würde mir tatsächlich zutrauen, auch auf eine englische Veranstaltung zu gehen. Allerdings ist es natürlich einfacher für uns, wenn es dann auch wirklich auf Deutsch ist. Der Grund, warum das Ganze auf Englisch ist, ist, dass es von zwei verschiedenen Organisationen geleitet wurde bzw. in die Wege geleitet wurde und zwar einer polnischen und einer dänischen und deshalb ist das Ganze momentan hauptsächlich auf Englisch verfügbar gewesen. Jetzt neuerdings gibt es aber eine weitere Veranstaltung, die sich College of Wizardry Nibelungen nennt. Findet im selben Schloss statt, ist allerdings komplett auf Deutsch und das ist das schöne für uns. Ganz kurz etwas zur Geschichte vom College of Wizardry, also zu dieser gesamten englischen Veranstaltung, auf der auch diese Nibelungensage dann aufbaut. Das College of Wizardry entstand durch zwei Menschen, die beide gerne ein Lab auf die Beine stellen wollten, das auf Harry Potter basiert. Und das haben sie im Endeffekt auch geschafft. Der eine hatte das Problem, dass er jede Menge Interessenten hatte, die an einem solchen Lab tatsächlich teilnehmen wollten. Allerdings hatte er keine richtige Location dafür. Der andere Mann hatte das Problem, dass er zwar die richtige Location dafür hatte, die aber viel zu teuer war, um sich damit jetzt da jetzt mit so ein paar Menschen hinzusetzen und dann Harry Potter zu spielen. Deshalb hat er es leider nie wirklich auf die Beine stellen können. Denn wenn ihr euch vorstellt, ein gesamtes Schloss für vier Tage zu mieten, das dann wirklich komplett denen gehört. Das ist nicht unbedingt günstig. Und das erklärt auch, warum der Preis so hoch ist. Dementsprechend hat er es halt nie geschafft, mit so wenig Interessenten dann tatsächlich dieses auf die Beine zu stellen. Da sie sich zusammengetan haben, hat das Ganze dann am Ende funktioniert und das College of Wizardry war entstanden. Zu der Frage, was hat das Ganze jetzt mit Harry Potter zu tun? Ich habe es euch gerade so im Ansatz schon beantwortet. Das Ganze basiert auf der Idee, eine Veranstaltung auf Harry Potter basierend auf die Beine zu stellen. Das hat bei den ersten Malen auch funktioniert. In Zusammenarbeit mit Warner Brothers, beziehungsweise nach Absprache mit Warner Brothers, durften sie das Ganze wirklich auf Harry Potter basierend machen. Das heißt, das Schloss hieß Hogwarts, es gab die Häuser, es gab die Namen aus Harry Potter, also es war wirklich tatsächlich ein Harry Potter Lab. Allerdings nachdem das dreimal so gelaufen war, wurde dann von Warner Brothers mehr oder weniger beschlossen, in Absprache mit den Veranstaltern natürlich, dass es jetzt nicht mehr ein Harry Potter Lab sein darf. Denn aus rechtlichen Gründen hätten sie dann mehr oder weniger auch natürlich Abgaben an Warner Brothers machen müssen und das konnten sie sich ja natürlich auch nicht leisten. Hundertprozentig sicher bin ich mir bei der ganzen Sache nicht, aber das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum das Ganze jetzt nicht mehr auf Harry Potter basiert. Aber es ist Harry Potter so dermaßen ähnlich, dass man im Prinzip diese paar Abzüge, die man da jetzt machen kann, weil man halt nun mal nicht die Namen von Harry Potter benutzen darf. Man kann es verkraften, meiner Meinung nach. Denn es gibt unheimlich viele Parallelen. Es gibt ein Schloss, das ihr komplett für euch nutzen könnt. Ihr könnt es erkunden, ihr könnt es nutzen bis in die kleinsten Ecken. Es gibt tatsächlich sogar Geheimgänge in diesem Schloss, die man erkunden kann. Es gibt Geister, es gibt magische Wesen, es gibt einen Wald vor dem Schloss, den ihr betreten könnt. So sehr ähnlich dem verbotenen Wald. Neben dem Schloss gibt es fünf verschiedene Häuser, in die ihr zugeteilt werdet, wenn ihr Schüler an dieser College of Wizardry Geschichte werden wollt. Dann gibt es Roben, die entsprechend eurer Häuser die verschiedenen Farben haben. Es gibt Zauberstäbe, es gibt Bücher, es gibt Unterricht, es gibt eine Bibliothek, es gibt einfach alles, was das Harry Potter Herz begehrt. Dieses Buch hier ist ein 240-seitiges, äh, illustriertes, äh, ich sag mal, Kennenlernprogramm für das College of Wizardry. Und da sind auch einige Parallelen aufgezählt, wie es zu Harry Potter gibt. Da werde ich auch auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal drauf eingehen und werde euch zeigen, wo die ganzen Parallelen liegen. Das heißt, wirklich auch Harry Potter Fans müssen da nicht so viele Abstriche machen. Und auch, ja, ich war am Anfang auch etwas enttäuscht, dass es nicht wirklich in der Harry Potter Welt spielt, aber ich finde, es gibt so viele Parallelen, es fühlt sich tatsächlich an wie ein erweitertes Harry Potter Lab. Im Prinzip ist es auch unwichtig, wie alt ihr jetzt wirklich seid. Also es ist nicht hundertprozentig unwichtig, ihr müsst 18 Jahre alt sein, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, aber danach ist es vollkommen egal. Es gibt nach oben hin keine Grenzen, solange ihr euch körperlich dazu in der Lage fühlt. Ich habe tatsächlich gehört, dass einer der Professoren mittlerweile zum dritten oder vierten Mal mitmacht, der mittlerweile auch schon Ende 50 ist und dem das so unheimlich viel Spaß macht, dass er sagt, er würde auf jeden Fall immer wieder kommen. Und ich finde es auch schön, das macht das Ganze auf jeden Fall viel authentischer. Es gibt natürlich auch Lehrer, die tatsächlich jünger sind, die dann irgendwie Anfang 20, Mitte 20 sind. Und es gibt natürlich auch Schüler, Studenten in diesem Fall, die um die 40 sind. Es ist also vollkommen egal, wie alt ihr seid, ihr könnt alles spielen, was ihr möchtet, solange ihr euch dazu in der Lage fühlt. Und das finde ich das Schöne. Es ist wirklich, das macht das Ganze lebendiger und authentischer meiner Meinung nach. Wenn ihr jetzt Lab-Neulinge seid, das heißt noch niemals auf einer Lab-Veranstaltung gewesen seid, kann ich mir vorstellen, dass das Ganze ein bisschen erschreckend ist. Ich bin total begeistert von der Idee. Jeder hat mit Sicherheit als Kind mal dieses, wir spielen jetzt eine Serie nach, ich bin der Held und du bist der und bla. Das hat mit Sicherheit jeder mal gemacht. Und ich muss sagen, ich war immer total begeistert von diesen von diesen Spielen. Und das gibt es jetzt tatsächlich auch für Erwachsene. Was will man mehr? Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch so unsicher seid, wie ich es am Anfang war, müsst ihr euch jetzt nicht direkt ins Abenteuer stürzen und da irgendwen übernehmen, der nun mal jetzt Alchemieunterricht gibt oder so. Ihr könnt euch auch dafür entscheiden, ein NSC zu sein, ein Nicht-Spielercharakter und unterstützt damit die Spieleorganisatoren. Ihr seid zum Beispiel jetzt in diesem Fall vielleicht einer der Hauselfen, der einfach nur dazu da ist, um Botschaften zu überbringen oder der dazu da ist, am Anfang des Unterrichts den Klassenraum zu gestalten oder danach den Klassenraum aufzuräumen. Ihr seid im Spiel mit drin, ihr kriegt alles mit, aber ihr habt keine explizite Rolle, die ihr jetzt hundertprozentig ausspielen müsst. Außer natürlich der Tatsache, wenn ihr diese Hauselfen seid, dass ihr dann diese Hauselfenrolle natürlich spielen müsst. Aber das ist dann eine relativ kleine Rolle, die auch mit Sicherheit einfach zu spielen ist. Und ihr kriegt dann vielleicht ja auch Lust beim nächsten Mal, wenn ihr das nächste Mal dabei sein möchtet, einen anderen Charakter zu spielen, einen eigenen Charakter. Gut, dann möchte ich jetzt kurz näher auf das College of Wizardry Nibelungen eingehen, denn dieser Zusatz Nibelungen steht für den deutschen Ableger dieser College of Wizardry Geschichten, ist wie das normale College of Wizardry auch ab 18 Jahren, spielt im selben Schloss, spielt in derselben Location und ist ebenfalls diese ganzen vier Tage, sprich von Donnerstagnachmittag bis Sonntagfrüh. Das einzige, was halt verändert ist, ist die Sprache. Es ist alles auf Deutsch. Die Bücher sind auf Deutsch, also die Schulbücher. Ihr habt tatsächlich auch Schulbücher, Halleluja. Die Schulbücher sind auf Deutsch, die Sprachen sind auf Deutsch. Es ist alles so, dass wir es auch verstehen können. Das finde ich das Schöne daran. Und es gibt abermals diese fünf Häuser. Die fünf Häuser des College of Wizardry sind diese hier. Libucha, dann haben wir noch Durentius, Faust, Molin und hier unten haben wir noch Syndro, Syndro, wartet ganz kurz, fokussiere bitte, Dankeschön, sind die Vuvius oder so ähnlich. Auf jeden Fall sind das die fünf Häuser des College of Wizardry. So, ich musste ganz kurz unterbrechen, die Kamera hat verrückt gespielt. Die fünf Häuser des College of Wizardry Nibelungen sind Faust und Molin. Das sind zwei der Häuser, die es beim normalen College of Wizardry auch schon gab. Dann gibt es aber hier noch dazu Krabat, Flamel oder Flamel und Grimm. Das sind halt tatsächlich eher so deutsch angehauchte Häuser, dass sich das Ganze natürlich auch in der deutschen Geschichte ein bisschen besser verankern lässt. Über Faust und Molin kann ich euch kurz was sagen und auch zeigen. Gleichzeitig, kleinen Moment. Die Häuser sind tatsächlich ähnlich aufgebaut wie die bei Harry Potter, was auch schon wieder eine kleine Parallele darstellt, nur so nebenbei. Gut, Faust, Faust. Die Attribute des Hauses Faust, sprich die Werte, die dieses Haus besonders schätzt, sind Wissen und Macht bzw. Stärke. Die Farben sind Blau und Gold und das Symbol ist ein Drache. Das Symbol von Mephistopheles selbst. Der Gründer ist Johann Georg von Faust, wer jetzt gedacht. Ein berühmter deutscher Zauberer, der getreu dem Motto Wissen ist Macht lebte. Wer den Roman jemals gelesen hat, ich habe es leider noch nicht getan bzw. das Drama, Faust von Güte. Wird dem Ganzen wahrscheinlich ein bisschen angetan sein und wird das Ganze auch wiedererkennt. Die Kultur natürlich basiert das Ganze auf der deutschen Kultur. Jedes der Häuser hat eine bestimmte Kultur, auf der es basiert und bei Faust ist es natürlich die deutsche Kultur. Das Symbol bzw. Wappen des Hauses ist folgendes. Hier, da sieht man auch den Drachen sehr schön, finde ich. Und ja, das ist eines der fünf Häuser, die tatsächlich auch im College of Visibility schon existiert haben und jetzt in das Nibelungen-Zeitalter mitgenommen wurden sozusagen. Und Molin, das andere Haus, bestärkt die Attribute Loyalität und Gerissenheit, also Schleue, so ein bisschen Slytherin-like. Und die Farben sind grün und bronze. Das Symbol ist ein Golem. Der Golem ist auch das Symbol der jüdischen Kabbalisten. Das Ganze ist auch einem jüdischen Zauberer gewidmet. Der Gründer ist Johann Abraham Molin, ein legendärer jüdischer Zauberer und Kabbalist. Die Kultur ist natürlich die jüdische Kultur, wie sich das Ganze dann natürlich schon ergründen lässt. Und das Symbol bzw. das Wappen sieht so aus. Gut, das ist Molin. Und zu den anderen drei Häusern habe ich leider noch nicht sehr viel Info, deswegen kann ich euch dazu noch nicht so viel sagen. Allerdings kann ich euch sehr viel zum Konzept der Nibelungen-Larb-Geschichte etwas sagen. Ich habe mich jetzt hauptsächlich über Larbs im mittelalterlichen Stil und in der mittelalterlichen Zeit informiert, sprich Drachenfest oder allgemein Mittelalter-Larbs. Da gibt es meistens eine Kampagne, sprich eine Hintergrundstory, an die sich gehalten werden muss. Hier gibt es, soweit ich das verstanden habe, keine Kampagne. Es gibt tatsächlich eine Art Hintergrundgeschichte, die aber hauptsächlich die Welt betrifft. Also diese magische Welt, in der ihr euch aufhaltet. Sprich, das College of Wizardry spielt in derselben Welt wie zum Beispiel das New World Magischola. Das ist der Ableger dieses ganzen Larbs aus den USA, spielt ebenfalls in einer magischen Welt und ist im Prinzip dieselbe magische Welt, in der College of Wizardry spielt. Allerdings funktionieren diese einzelnen Larb-Veranstaltungen alle unabhängig voneinander. Das heißt, sie spielen in derselben Welt, aber sie haben nichts miteinander zu tun. Jede Larb-Veranstaltung hat ihre eigene Geschichte und hat ihre eigene Story, die sie aufbauen kann. Und ihr als Mitspieler bestimmt quasi, welche Story das ist. So ist jedes Larb im Endeffekt einzigartig und kann sich unabhängig von den anderen entwickeln. Zu den Rollen, das fand ich eine sehr interessante Sache, gerade für Larb-Neulinge. Die Rollen werden euch vom Team zugeteilt bzw. die werden vom Team geschrieben. Das ist natürlich für solche, die gerne ihre eigene Rolle designen möchten. Jetzt vielleicht nicht so schön, aber hört euch mal genauer an, was ich jetzt noch zu sagen habe. Nicht direkt abhauen, denn die machen das, um dem Ganzen dadurch, dass sie kein Konzept haben, wenigstens ein bisschen Hintergrund zu geben. Die Teilnehmer, die gerne am College of Wizardry Niebelungen teilnehmen möchten, geben über einen Fragebogen ihre Wünsche an, sprich wie sie gerne ihren Charakter hätten. Ihr kriegt einen Fragebogen dann zugeschickt und ihr beantwortet die Fragen und basiert auf euren Antworten und Wünschen, die ihr da angegeben habt, bekommt ihr eine persönliche Rolle zugeteilt. Danach, wenn ihr diese Rolle zugeteilt bekommt, das sieht folgendermaßen aus, dass ihr quasi eine Beschreibung eures Charakters bekommt und einen Namen. Ihr bekommt einen Anfangsbuchstaben und den Nachnamen. Das heißt, ihr könnt den Namen frei wählen. Ich weiß nicht, ob ihr den Anfangsbuchstaben vom Vornamen verändern könnt. Vielleicht könnt ihr aber auch angeben, welchen Anfangsbuchstaben ihr gerne hättet oder beziehungsweise welchen Namen ihr gerne hättet und ansonsten gehört die Rolle aber euch. Sobald ihr diese Beschreibung zugesendet bekommen habt, gehört die Rolle euch, der Charakter gehört euch und ihr könnt mit ihm machen, was immer ihr wollt. Ihr habt ja eure Wünsche schon angegeben, dementsprechend werden die in der Rollenbeschreibung auch auf jeden Fall berücksichtigt worden sein und wenn euch irgendetwas noch nicht gefällt an diesem Charakter, könnt ihr das ändern. Ihr könnt die Rolle so umschreiben und spielen, wie ihr sie gerne möchtet. Das heißt, ihr seid an keinerlei Regeln, beziehungsweise schon an Regeln gebunden natürlich, aber ihr habt jetzt nicht wirklich eine festgebundene Rolle und an die müsst ihr euch halten. Es ist natürlich euer Charakter und ihr könnt ihn so ausspielen, wie ihr es gerne möchtet. Dazu kommt noch, dass das Team bei der Rollenbeschreibung bestimmte Beziehungen vorschlägt. Zum Beispiel mit ehemaligen Schulkameraden, mit Familienmitgliedern, mit Exfreunden, irgendwie sowas. Sie schlagen euch solche Rollenbeziehungen vor, damit euch das Interagieren mit anderen leichter fällt. Die Teilnehmer haben dann danach über eine Online-Plattform die Möglichkeit mit diesen Spielern in Kontakt zu treten und eventuell ihre Spielmöglichkeiten ein bisschen auszutauschen. Dann vielleicht auch schon bestimmte Geschichten irgendwie zu erfinden, beziehungsweise aufzubauen, die ihr dann später in der eigentlichen Veranstaltung umsetzen könnt. Was ich persönlich eine ziemlich coole Sache finde. Das heißt, ihr werdet nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen, sondern ihr könnt euch ein bisschen was aufbauen. Ihr könnt euch mit denjenigen, mit denen ihr zusammenspielt, schon mal ein bisschen austauschen, könnt die Leute schon mal vorab kennenlernen. Das finde ich persönlich als Lab-Neuling unheimlich hilfreich. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ihr bekommt eine Rolle vorgelegt, beziehungsweise die Rolle wird von jemandem vorbeschrieben und es liegt aber an euch, was ihr aus diesen Rollen macht. Kurz etwas zur Spielleitung. Ich habe ja schon ganz oft auch Videos gesehen, wo sich darüber lustig gemacht wurde, dass die Spielleitung meistens ziemlich scheiße ist. In diesen Labs ist die Spielleitung zwar vorhanden, aber sie greift in der Regel nicht aktiv ins Spiel ein. Das Spiel wird von den Teilnehmern quasi aufgebaut und am Laufen gehalten. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, in einem sogenannten Orga-Hauptquartier die Orga zu kontaktieren. Sie ist auf jeden Fall immer erreichbar. 24-7 bzw. in diesem Fall 24-4 ist sie erreichbar. Und ihr könnt jederzeit Kontakt mit denen aufnehmen, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte. Sie werden aber in euer Spiel bzw. in das Gesamtspiel, in das Gesamtkonzept nicht aktiv eingreifen. Das finde ich eigentlich ziemlich schön, denn ich finde es immer blöd, wenn einem so ein Spiel vorgegeben wird. Wenn dir gesagt wird, du musst jetzt dieses machen und wir bereiten jetzt dieses Ritual vor und das muss so und so ausgehen. Das finde ich ganz gut, dass es das hier nicht gibt. Sprich, alles was in dem Spiel passiert, Intrigen, Plots, Dramen, irgendwelche Geschichten, die ihr da euch ausdenkt, das kommt alles von der Spielerschaft bzw. den Teilnehmern. Und das Schöne ist, ihr könnt euch an die Spielleitung wenden, wenn ihr solche bestimmten Intrigen und Dramen gerne ausspielen möchtet und braucht dafür etwas. Wenn ihr z.B. bestimmte Räume braucht oder bestimmte Personen, die noch mitmachen, werden euch NSCs zur Verfügung gestellt, es werden euch Requisiten zur Verfügung gestellt, damit ihr das so authentisch, wie ihr es gerne möchtet, ausspielen könnt. Das finde ich unfassbar genial und muss ich auch sagen, ein unheimlich geniales Konzept. Ein sehr, sehr großes Lob erstmal da an die Organisatoren, denn ihr könnt da wirklich in dem Lab noch eure eigene kleine Geschichte schaffen. Ihr müsst euch das gar nicht vorher alles ausdenken, denn das ist ja genau das, was Lab ist. Es entwickelt sich während dem Spiel. Was ich auch sehr lustig fand, war die Tatsache, dass man NSCs bzw. diejenigen, die Hauselfen oder ähnliches spielen, dass ihr den Brief in die Hand drücken könnt und die auf Botengänge schicken könnt. Wir können z.B. sagen, hier, das ist ein wichtiger Brief, der enthält ein bestimmtes Geheimnis, blablabla, überbringen ihn bitte dem und dem. Und so könnt ihr natürlich alle Ressourcen, die ihr da um euch habt, nutzen. Das ist unfassbar genial und ich mag es unheimlich gerne. Allerdings gibt es zwei wichtige Regeln, die in jedem dieser Labs auch eingehalten werden müssten. Natürlich geht es kein Lab ohne Regeln. Und in diesem Fall gibt es zwei Regeln, die das das Spielen dieser ganzen Lab, die das natürlich am Laufen hält. Die erste Regel ist, wenn du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiel irgendwas, egal was, aber spiel. Das ist genau das, was mich dann so ein bisschen... Es ist natürlich ein Zwang. Es ist für mich persönlich, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, eigentlich, das merkt man hier meistens nicht, weil im Internet, ich spreche mit einer Kamera, hier sitzt niemand vor mir, ich merke die Reaktionen von euch nicht. Das ist genau der Vorteil. Deshalb kann ich hier so offen sprechen. Aber wenn ich jetzt wirklich Menschen gegenüberstehe, die auf einmal da ankommen mit, hey, was machst du denn hier und keine Ahnung. Wenn die mich so anspielen würden und ich nicht direkt irgendwie eine Reaktion im Kopf habe, würde ich erst mal dastehen und so... äh... äh... weiß nicht... was willst du von mir? Und wisst ihr, solche Sachen würden mir dann wahrscheinlich passieren. Und dann steht aber in den Regeln, hör mal, du musst jetzt irgendwie reagieren. Bitte, spiel einfach! Und ich glaube, das würde mich vor eine kleine Herausforderung setzen. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich diese Herausforderung ganz gerne eingehen. Die zweite dieser Regeln ist, wenn du jemanden anspielst, und das finde ich eine sehr wichtige Regel, denn das habe ich gerade bei schriftlichen RPGs, also bei Rollenspielen im schriftlichen Bereich, im Chatbereich, habe ich das unheimlich oft gehabt, dass Leute irgendwie mir irgendwann geschrieben haben, hör mal, ich habe jetzt aber erwartet, dass du so und so reagierst. Genau darauf basiert die zweite Regel. Wenn du jemanden anspielst, erwarte keine bestimmte Reaktion. Es geht nämlich nicht. Akzeptiere, was dein Gegenüber daraus macht. Du darfst nicht auf jemanden zugehen und erwarten, dass er so und so reagiert. Das wird er nämlich nicht. Du kannst von Glück reden, wenn er so reagiert, wie du es gerne möchtest. Ist okay. Aber du darfst nicht definitiv darauf beharren, dass er so reagiert, wie du es gerne möchtest. Es ist ein freies Lab. Und jeder, der angespielt wird, muss reagieren, kann aber auf seine eigene Art und Weise reagieren. Wenn du jetzt ganz freundlich auf den zugehst und fragst hier, hey, hör mal, kannst du mir bei der und der Hausaufgabe helfen? Ich verstehe das gerade nicht. Und der motzt dich an und sagt, nee, kein Bock, geh weg. Dann akzeptiere es. Dann ist das nun mal einfach so. Vielleicht hat derjenige auch gerade so im real life seine Probleme mit, weiß ich nicht, hat gerade keinen Bock, hat schon irgendwie den ganzen Tag freundlich mit irgendwem gespielt und hat einfach in dem Moment keinen Bock mehr freundlich zu sein. Vielleicht ist das doch einfach sein Charakter, den er spielt. Akzeptiere es. Das finde ich persönlich unheimlich gut. Und es gibt natürlich noch weitere kleinere Regeln, die dieses Lab dann natürlich sicher machen und den Spielfluss gewährleisten. Die werden euch dann natürlich aber auch noch alle gesagt. Das heißt, ihr lauft nicht Gefahr, da irgendwelche Regeln zu verletzen, denn sie werden euch auf jeden Fall alle noch gesagt. Eine dieser Regeln ist zum Beispiel auch noch zu magischen Duellen. Wenn magische Duelle ausgefochten werden zwischen Dozent oder Lehrer und Schüler, ist der Dozent immer derjenige, der gewinnt. Das kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn du Schüler an einer Schule bist und die Lehrkraft macht ein Duell mit dir. Es kann nicht sein, dass du als Schüler besser bist als dein Lehrer. Warum bist du dann noch Schüler? Dann könntest du auch genauso gut Lehrer sein. Deswegen ist es eine Regelung, dass Dozenten da immer gewinnen. Finde ich auch eigentlich relativ plausibel. Was jetzt auch mir persönlich so ein bisschen, ja, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, muss ich sagen, war die Tatsache, dass ihr euch vier Tage lang, beziehungsweise mindestens zwei Tage lang, in einer Welt befindet, die ihr so normalerweise nicht kennt. Und ihr seid ein Charakter, den die normalerweise so niemals spielen würde. Ihr seid quasi, also ihr seid immer noch ihr. Aber ihr spielt jemand anderen. Wenn ihr jetzt aber gerade persönlich real life Probleme haben solltet, wie mein Gott, das ist totale Reizüberflutung, das ist ja alles viel zu viel für mich und ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche mal eine Pause, lasst mich einfach mal kurz raus hier. Es funktioniert. Ihr müsst jetzt nicht die zwei Tage propp durchziehen und dann am Ende einfach einen totalen Nervenzusammenbruch haben. Es gibt überall sogenannte Ruheräume, in die ihr euch zurückziehen könnt. Es gibt auch tatsächlich psychologische Unterstützung für diejenigen, die irgendwie persönliche Probleme mit irgendwas haben. Es kann ja immer mal sein, dass tatsächlich irgendwer psychisch ein bisschen vorbelastet ist mit bestimmten Dingen und durch irgendeine Situation, die durch dieses Rollenspiel zur Schau gekommen ist, da irgendwas getriggert wird. Irgendwie ihr das Gefühl habt, so boah, ich muss hier raus, ich will das alles nicht mehr und dann könnt ihr das tun. Dann sucht euch einen von diesen Räumen aus, sucht euch einen von diesem Psychologen aus. Ihr könnt zu denen hingehen, ihr könnt euch jederzeit bei denen melden. Die haben dann auch einen Raum zur Verfügung, in dem ihr euch ein bisschen ausruhen könnt, in dem ihr ganz einfach mit denen reden könnt auch. Wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Seele brennt, dann sagt denen das. Die haben auch irgendwie Schokolade und Kakao und alles und alles, was euer Herz begehrt, gibt es dann da und damit ihr einfach ein bisschen ausspannen könnt. Weil ich kann mir vorstellen, dass das wirklich für alle, die das das erste Mal machen, eine richtig heftige Erfahrung sein wird. Gut, so viel erstmal zu der Vorstellung. Ich bin bei gut 20 Minuten, wenn nicht sogar 30 Minuten. Ich werde euch jetzt nochmal ganz kurz das Buch ein bisschen näher bringen und euch nochmal ein bisschen zeigen, wo die Parallelen zu Harry Potter sind. Und danach noch ein kurzes Schlusswort und dann war's das auch. So, jetzt möchte ich euch das Buch gerne nochmal ein bisschen näher bringen. Ich habe das tatsächlich, als ich auf der Roleplay Convention war, von einem Stand bekommen, der dieses College of Wizardry vorgestellt hat und die uns wirklich massige Informationen gegeben haben. Also wir haben da wirklich eine Dreiviertelstunde uns mit denen unterhalten und haben wirklich hunderttausend Fragen gestellt, weil wir es so furchtbar interessant fanden tatsächlich. Die haben uns dann am Ende, weil wir wirklich so interessiert waren, dieses Buch dann tatsächlich mitgegeben, damit wir uns noch ein bisschen mehr informieren können. Das ist allerdings zum College of Wizardry 4 bis 6. Das ist schon eine Weile her. Und es beschreibt auch mehr so Sachen wie Erfahrungsberichte von Spielern selbst, beziehungsweise Rückmeldungen, wie sie dieses gefunden haben und weniger so wirklich konkrete Infos zu diesem Rollenspiel. So, und jetzt möchte ich euch allerdings nochmal ganz kurz zeigen, wo jetzt wirklich die Parallelen zu Harry Potter sind. Denn ihr werdet hier definitiv Unterricht haben. Es ist ein College. Es ist eine Schule. Und ihr werdet hier magischen Unterricht haben. Die Magie ist im Prinzip wirklich real. Und sie wird auch so dargestellt, dass sie real ist. Durch Effekte wirkt es so, als wenn ihr wirklich Magie produzieren würdet, als wenn ihr Magie erschaffen würdet. Und das ist das Interessante. Ihr bekommt, wie gesagt, die Roben. Ihr bekommt die Schulbücher. Und soweit ich weiß, bekommt ihr auch einen Zauberstab. Ihr könnt aber auch gerne einen eigenen mitnehmen, wenn ihr schon einen habt. Es gibt tatsächlich Unterrichtsfächer, wie Magische Theorie, Alchemie, Zaubertränke oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Es gibt auch Kräuterkunde. Es gibt alte Runen. Es gibt genau diese Fächer, die wir auch von Harry Potter kennen. Was ich auch sehr interessant fand, war die Tatsache, dass es Geister gibt. Es gibt Geister. Es gibt diese Schulgeister tatsächlich. Was es noch gibt, sind Hauselfen. Das sind quasi die Hauselfen. Die sind natürlich... Na gut, sie sind nicht wirklich klein. Und sie sind nicht wirklich hauselfig. Aber ich finde, die sind ziemlich cool. Was ich hier sehr interessant fand. Pranky Twins. Sprich, solche Menschen wie Fred und George. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das mit dem Harry Potter... Wenn ihr das zu schade findet, dass das Ganze mit Harry Potter nichts zu tun hat, könnt ihr gerne Harry Potter Charaktere mit einbringen. Ihr könnt die Namen natürlich nicht verwenden, aber ihr könnt die Personen, die ihr so mögt, mit rüberbringen. Hier zum Beispiel. Sprich, er hat sich mit jemandem, den er überhaupt nicht kannte, zusammengetan und hat dann quasi zwei streichespielende Zwillinge gespielt. Und es war wirklich eine sehr interessante Erfahrung für beide. So ähnlich sehen die Unterrichtsräume dann aus. Finde ich unfassbar interessant. Unter anderem sehen sie so aus. Dann gibt es natürlich auch Schulbücher. Hier. Das sind erstmal die zwei Schulbücher. Das hier ist ein Bestiarium sozusagen. So magische Tierwesen, wo sie zu finden sind mäßig. Genauso wurde uns das auch angekündigt. Und ja, das sind unter anderem die Schulbücher. Hier zum Beispiel dieser Professor. Dieser Ende 50 Anfang 60 jährige Professor, der mittlerweile schon mehrfach mitgespielt hat. Auch ein sehr interessanter Charakter meiner Meinung nach. Und wenn ihr jetzt keine Lust habt, einfach einen ganz normalen Studenten zu spielen, ihr könnt natürlich auch Professoren spielen. Oder ihr könnt einfach komplett andere Wesen spielen. Zum Beispiel hier. Ihr könnt einen Frauen spielen. Ihr könnt auch irgendeinen Centaur spielen, wenn ihr das Kostüm dafür habt. By the way, euch werden nur die Roben zur Verfügung gestellt. Nicht die Kostüme selbst. Ihr müsst also tatsächlich die Kleidung selber mitbringen. Aber ihr könnt euch das Ganze dann natürlich auch so gestalten, wie ihr es gerne möchtet. Es gibt tatsächlich auch einen Abschlussball, beziehungsweise eine Art After-Party. So kann man das fast nennen. Im besten Fall habt ihr dafür natürlich ein Kleid, beziehungsweise einen Anzug auch dabei. Aber ich nehme mal an, solche Sachen werden euch dann natürlich auch vorher noch gesagt. Art 94 sehen wir die große Halle. Also das ist tatsächlich wirklich eine relativ große Halle, wo dann auch die Haustische sind und ihr immer frühstücken geht und so weiter und so fort. Also es ist auch wirklich die Halle, wo dann immer alle zusammenkommen. Unterkunde. Tadaaa! Also wie gesagt, hier hinten gibt es dann natürlich auch noch einen riesigen Wald, den ihr erkunden könnt. Das Gesamtschloss könnt ihr erkunden. Es gibt, wie gesagt, auch Geheimgänge. Ich habe erfahren, dass es in der Bibliothek... Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Bibliothek ist. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Soll es ein Bücherregal geben, an dem ihr einen bestimmten Schalter umlegen könnt und dann könnt ihr das tatsächlich wegschieben. Dann ist dahinter ein Geheimgang. Und das finde ich unfassbar interessant. Hier, da tatsächlich. Das ist die Bibliothek. Oder ein Teil davon. Da könnt ihr euch dann hinsetzen und lernen zum Beispiel. Auch wenn ihr mal irgendwie auch Ruhe haben wollt oder so. Und hier sind Hauspunkte-Gläser. Also es gibt tatsächlich auch Hauspunkte. Leute, also wenn das nicht wirklich hundertprozentig parallel zu Harry Potter, sondern weiß ich jetzt langsam auch nicht mehr weiter. Was ich auch unfassbar genial fand. Es gab hier jemanden, der ist aus Singapur angereist, um an diesem Lab teilzunehmen. Hier. All in all, I think the 14 hours flight from Singapore has been completely worth it. Hier seht ihr nochmal die große Halle, die auch wirklich relativ groß ist. Wo auch wirklich viele, viele Menschen reinpassen. Und ich bin einfach nur begeistert. Das ist zum Beispiel der Zaubertrankkeller. Also es gibt tatsächlich unten im Keller einen Raum, in dem ihr Zaubertrank Unterricht habt. Und es gibt ein Spiel namens Fireball. Ich weiß allerdings nicht. Hier sind glaube ich keine Bilder zu Fireball drin. Leider. Da gibt es tatsächlich ein Spiel, das sich Fireball nennt. Das wird mit einem kleinen Drachen gespielt. Einem kleinen, zu einem Ball zusammengerollten Drachenbaby als Ball halt tatsächlich. Ich kenn die Regeln leider nicht. Aber ich fand das ziemlich interessant. Ich habe diesen kleinen Drachen tatsächlich gesehen, als ich auf der Roleplay Convention die Requisiten begutachtet habe. Und er sieht wirklich unfassbar niedlich aus. So, dieses Video wird unfassbar lang. Aber ich wollte wenigstens noch ein paar Worte kurz loswerden. Und zwar zur Finanzierung des Ganzen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist so ein Schloss zu mieten unfassbar teuer. Und die brauchen mindestens 53.000 Euro, damit diese ganze Aktion überhaupt auf die Beine gestellt werden kann. Und dafür haben sie eine Crowdfunding-Seite eröffnet, auf der ihr ein Ticket erstellen könnt, wenn ihr möchtet. Und das Ganze auch unterstützen könnt. Ihr müsst natürlich kein Ticket kaufen, um sie zu unterstützen. Das könnt ihr auch gerne so machen. Aber wer ein Ticket haben möchte, muss das ebenfalls über diese Seite machen. Und diese 375 Euro gehen dann automatisch in diese unterstützenden 35.000 Euro mit ein. Das heißt, jeder der ein Ticket holt, hat sie schon mal automatisch unterstützt. Was ihr aber gerne auch machen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Geld habt, um da hinzugehen, könnt ihr auch von 5 bis 100 Euro gerne eine kleine Spende da lassen und das Ganze unterstützen. Es gibt auch jeweils immer eine kleine Prämie, zum Beispiel gibt es ab 25 Euro ein T-Shirt, ein Nibelungen T-Shirt. Bei 30 Euro gibt es ein persönliches Dankeschön-Video, das tatsächlich nur für euch dann auch gemacht wird. Oder ihr könnt euch einen eigenen Zauberstab machen lassen. Solche Sachen zum Beispiel. Ich werde euch diese Seiten natürlich auch nochmal separat vorstellen. Ich werde euch die Seiten auch unten in die Videobeschreibung packen. Das heißt, schaut da unten auf jeden Fall auch rein. Ich werde euch die Crowdfunding-Seite dort unten verlinken und die Homepage zum College of Wizardry Nibelungen. Die werde ich euch ebenfalls da unten reinpacken. Und ansonsten schaut gerne auch auf YouTube vorbei. Wenn ihr auf YouTube College of Wizardry eingebt, gibt es 100.000 Videos, die ihr dazu finden könnt und die ihr euch anschauen könnt. Die meisten leider tatsächlich auf Englisch. Aber da könnt ihr einen sehr, sehr guten Einblick dahinter gewinnen, wie das Ganze aufgebaut ist und was ihr da so bekommt. Okay, also erstmal genug gelabert. Ich glaube, ich habe euch das ganze Projekt bzw. diese ganze Veranstaltung jetzt ein bisschen näher gebracht. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass ihr mit mir bzw. mit den Leuten von College of Wizardry irgendwie in Kontakt tretet, wenn ihr denn da gerne teilnehmen möchtet. Wenn doch irgendwelche Fragen bestehen sollten, traut euch ruhig mich zu fragen. Ich kann auf alle Fragen sehr gerne eingehen und auch sehr gerne antworten. Schreibt es mir in die Kommentare oder über meine Facebook-Seite. Die findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich jederzeit anschreiben, auch auf allen anderen Social Media Plattformen. Videobeschreibung. Ansonsten werde ich euch hier gerne noch kurz zwei Videos verlinken. Einmal auf dieser Seite werde ich euch dieses LARP-Video verlinken, was ich gemacht habe. Für alle, die noch nicht genau wissen, was LARP ist. Hier gehe ich ganz kurz darauf ein, was es denn genau ist. Und auf dieser Seite findet ihr ein kurzes Video, auf dem ich euch die Crowdfunding-Seite nochmal genauer vorstelle. Und euch das Schloss zeige, in dem das ganze stattfinden wird. Denn es ist auf jeden Fall einen kurzen Blick wert, euch das mal anzuschauen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es hierhin durchgehalten. Falls ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.